Guten Morgen Du hättest vorher noch an die Mähmaschine versetzt von deiner Seele Ja? Ja, okay Ja, das ist das, was du jetzt jetzt machst Wir haben so einen ganzen Zimmer, das ist noch gar nicht Nee, das wird die Verfolge vertragen Ja, das wird die Verfolge vertragen Ja, die stand irgendwie auch von Matthias Ja, die stand irgendwie auch von Matthias Wenn Something is called in me Open up my eager eyes I'm Mr Bright Sight Ich kann keine Reineken Ich kann keine Reineken Ich kann keine Reineken Nein, ich kann keine Reineken Nein, keine Reinekenken Nein, nicht mehr Nein, ich kann nicht mehr Das ist ein super Rücken Nein, ich kann nicht mehr Wie gesagt, er ist halt da, er ist halt da, was drin war. Der guckt in die Kamera. Ich auch. Das sind übrigens die Szenen, die in jedem Lenken oft drin sein müssen. Ja! Wie ist es denn so, bald berühmt und erfolgreich zu sein? Ach so. Das geht ja dann mit einher. Das haben wir sogar gehört. Wie wollt ihr denn damit umgehen, mit dem Ruhm, mit dem ganzen Geld, was ihr dann verdienen wollt? Wollt ihr euch dann irgendwie... Verfrassen. Verfrassen. Ja, das übliche. Sex, drugs, rock'n'roll. Wir haben jetzt gerade 21 Uhr und wir haben unsere drei Songs abgedreht und wir haben glaube ich alles im Kasten, was wir brauchen. Super! Yay! Richtig geil! Ja, das ist klar. Jawohl. Wir haben jetzt auch noch mal ein paar Tage. Ja, das ist klar. Ja, das ist klar. Das ist klar. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar Tage.